Salam, moin moin und herzlich willkommen in der neuen 209-tschwingen-entspannenden Runde City Skalines Airports DLC. Wir haben zwar noch keinen Flughafen gebaut, das wird noch kommen, aber wir sind hier mit unserer Industrie dran, mit unserer Lebensmittelindustrie und die möchte ich heute mit dir mal auf Stufe 2 kriegen. Uns fehlen noch ein paar Arbeiter. Das heißt, wir könnten eigentlich hier an den Rand noch zwei, drei Felder machen und dann sollte es langen, hoffe ich zumindest. So, eins kriegen wir noch hier hin. Kriegen wir hier vielleicht noch irgendwo eins hin. So langsam ein bisschen. Machen wir so noch eins hin, dann können wir da oben nochmal eine Straße reinmachen, wenn wir wollen. Die macht dann natürlich wieder aus Weizen. Wir wollen aber Mais haben, weil es einfach schöner aussieht. Der Weizen sieht bluh aus. Der Mais ist in Ordnung. So. Sehr schön. Tada. Herzlichen Glückwunsch. Super. Parkbesitz hat Stufe 2 erreicht. Parkbesitz. Ist das Ding Parkbesitz? Warum heißt das Parkbesitz? Nein. Das soll Lebensmittelindustrie heißen. So. Wunderbar. So, lass mal. Jetzt machen wir schon ein Plus. Wir machen schon ein Plus. Sehr gut. Was können wir denn jetzt hier noch bauen? Lang, lang ist es her. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine Getreidemühle. Wir haben einen Viehstall. Haben wir sonst noch was? Kleine Scheune. Wir müssen ja mal gucken hier, wo war das? Das ist Erzindustrie, Ölindustrie, Lagerhäuser. Ein ungezäunter Lagerbereich für Güter und Produkte. Ein Lager hat drei Betriebsmodi. Füllen, leeren und ausgewogen. Okay. Also das sind Lager. Dann haben wir hier die einzigartigen Fabriken. Genau. Die sind alle gesperrt, außer die eine da vorne. Das ist die Bäckerei. Wer liebt nicht den köstlichen Duft frisch gebackener Donuts? Am Morgen. In der Bäckerei werden die Donuts von GoNuts, die für Hüftgold sorgen, hergestellt. Okay. Da fehlt was, oder? In der Bäckerei werden die Donuts von GoNuts, die für Hüftgold sorgen. Punkt. Ja, hergestellt. Da fehlt ein Wort, ne? Aha. Die Bäckerei erfordert Tierprodukte, Nutzpflanzen und Mehl-Spezialgüter. Um ihre Leckereien. Okay, wo kriegen wir denn das Mehl her? Das ist Post, Fischindustrie, Inhalt Editor-Packs. Das ist unsere Entsorgungsanlage, die ich runtergeladen hatte. So. Wo kriegen wir das Mehl her? Forstwirtschaft? Nein. Haben wir das hier irgendwo? So. Kleine Scheune, großes Silo. Sieht mir nicht so aus, ne? Oder? Viehstall. Ich brauche Getreide. Getreide-Mehl ist eine aufberatende Anlage, die Nutzpflanzen zur Herstellung und ein speziell gutes Mehl. Aha. Da haben wir sie doch. Okay. So. Das heißt, wir bräuchten hier, denke ich mal, erstmal eine vernünftige Straße. Ja? So. Nehmen wir mal... Nehmen wir die oder nehmen wir... Wir nehmen mal die Industriestraße hier, ja? So. Dann haben wir hier so eine fette Industriestraße. Das ist ganz in Ordnung. Dann können wir das nämlich hier ordentlich... Ich glaube, das machen wir hier dran. Von hier aus. So. Machen wir das mal bis hier oben hin, so. Und dann gucken wir mal, was wir brauchen, ja? Dann tun wir jetzt mal eine schöne Donut-Produktion aufziehen. Das heißt, einzigartige Fabriken, das ist unsere Bäckerei. Die haben wir. Okay. So. Wunderbar. Die braucht Tierprodukte, Nutzpflanzen und Mehl. Nutzpflanzen kommen direkt da rein. Haben wir ja unsere Lager hier, ne? Da sind ja auch überall Nutzpflanzen drin. Vielleicht sollte man denen noch ein eigenes Lager machen. Mal gucken. Funktioniert ja eh noch nicht, ne? So. Dann könnten wir hier die Straße noch lang machen. Ich glaube, wir machen denen jetzt noch drei Lager daneben. Dann gucken wir mal, wie viel Geld das macht. Kann man auch immer nur einmal bauen? Jawohl. Das ist die Frage. Mittleres Lager? Großes Lager? Kleines? Großes? Eins, zwei, drei Stück. So. Jetzt können wir hier sagen, gelangerter Rohstoff. Mehl. Tierprodukte brauchen wir, ne? Hier kommen Tierprodukte rein. Okay. Die haben wir zwar noch nicht. Aber egal. Machen wir jetzt gleich. Das brauchen wir alles nicht. Dann kommt hier rein... Mehl. So. Und das dritte da hinten brauchen wir gar nicht, ne? Oder? Hm. Sieht nicht so aus. Hier können wir ja kein Ding ins reinpacken. Produkt aus einzigartiger Fabrik. Mhm. Da wäre dann... Gut. Das heißt, die hier könnten da rein, ne? Aber ich kann das hier... Ich kann jetzt nicht sagen, was hier, ne? Jedes Produkt aus einer einzigartigen Fabrik ist ein Luxusprodukt und kann im Gewerbegebieten verkauft werden. Kann nicht importiert werden, muss lokal produziert werden. Kann gegen Geld exportiert werden. Okay. Da wir nur diese eine einzigartige Fabrik haben, kann es ja nur, ähm, Dinges werden, ne? Dann die Donuts. Dann können wir das hier noch ein bisschen weitermachen. Jetzt brauchen wir hier... Wo ist sie? Hier brauchen wir die Mühle. Ja. Können wir dann vielleicht, wenn es eng wird, noch ein, zwei daneben setzen. So. Die kriegt jetzt die Nutzpflanzen und macht Mehl daraus. Mehl sollte hier hinten rein, ne? Genau. Das heißt, jetzt fehlen noch die Tierprodukte. Hier wollen wir die alle machen. Dann könnten wir auf der anderen Seite hier unsere Tierprodukte machen. die wir dann, äh, hier haben. Geht das? Eins, zwei. Da konnten wir... Genau. Schafe. Nein. Wir nehmen mal Kühe, ja? Wir nehmen Kühe. So. Und so. Nutzpflanzen. Okay. Das sieht man schon. Jetzt müssen wir gucken. Reicht das, ne? Reicht das? Oder brauchen wir hier auf jeden Fall noch, ähm, mehr Nutzpflanzen dafür? So. Wasser müsstet ihr jetzt alle haben. Jawohl. Strom ist so eine Sache. Sind sie alle miteinander verbunden? Passt. Ist die Frage, ob das reicht. Die dreieinhalb Megawatt hier. Werden wir ja sehen. So. Was haben die für Probleme? Keine Tierprodukte. Kein Mehl, ne? Tierprodukte können, wie gesagt, hier rein. Für Tierprodukte. Wunderbar. Passt. Ach, ist das schön. Wenn ihr wüsstet, dass ihr zu Donuts werdet. Ihr würdet euch freuen. Hashtag not. So. Und das heißt, Produktionswert 3840. Frachtlaster in Verwendung 0 von 10. Schöne kurze Wege hier, ne? Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Weil das Gemur mir auf den Keks geht. Wo machen wir denn hier Verkehr an, wenn ich fragen darf? Post könnten wir auch mal. Parkbesitz. Ja, ne? Hatten wir das nicht umbenannt? Verbesserte Sicherheit, verbesserte Logistik. Das Packen und Planen von Lieferungen funktioniert aufgrund des verbesserten Inventur- und Fahrzeugtracking-Systems effizienter. Erhöht die Lagerkapazität von Förderanlagen und Aufbauungslagen um 20%. Erhöht die Unterhaltskosten von Industriegebäuden um 10%. Okay. Erhöht die Arbeitergesundheit. Obwohl das andere automatisierte System beschleunigen den präzisierten Produktion. Erhöht die Produktion um 10%. Erhöht die Gebäudekosten um 10%. Wir machen mal alles an, ja? Mal gucken, was das bringt. Wir werden sehen. So, wir sind jetzt bei 9.000. Bei 10.000 plus. Das ist super. Das gefällt mir. So, Snacks. Ja. Sehr gut. Nutzpflanzen und Mehl. Da ist halt jetzt die Frage. Die brauchen Nutzpflanzen. Die brauchen Nutzpflanzen. Wir hatten ja hier alles voll gemacht. Die Frage ist, bleiben die jetzt voll oder gehen die runter und leer irgendwann, ne? Da müssen wir schauen. Ach, sehr schön. Donuts Donuts. Die Donut Fabrik. Super. So. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ist immer die Hölle los. Mhm. Hat man hier eigentlich geguckt? Gerade am überlegen, ob wir hier vielleicht nur zum Linksabbiegen machen. Wir testen das mal. Ja, wir testen das mal. Wir können das ja, ähm, wieder rückgängig machen. So, den nur da hin. Und er kann da, da und da hin. Das ist mir dann egal. Wir können das mal. Weiter müssen wir vielleicht noch auf Dreie machen dann. Gucken wir mal. Ja, ich kann jetzt schon sagen, es staut sich zurück, ne? Alle wollen da hin. Die wollen alle nur nach links, weil hier ja sonst nichts ist. So, wie es aussieht. Da müssen wir uns definitiv was anderes einfallen lassen. Die kommen jetzt alle an. Hier, guck dir das an. Was wollen die alle da? Lass mal gucken, was er hier zum Beispiel will. Exportiert Güter. Fortschritt. Okay. Besitzer bei Kleidung GmbH. Wer will der denn überhaupt da hin? Der muss ja da hin, weil hier nur nach linksabbiegen ist, ne? Oder das sind jetzt alle die, die noch gekommen sind. Die, äh, erstmal jetzt nur hier reinfahren können und dann um müssen. Guck. Die gehen hier alle drehen und fahren wieder hier lang. Das kann natürlich auch sein. Warten wir mal kurz. Guck, da sind schon viele. Ui, 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 ui. Das muss definitiv besser geregelt werden hier. Definitiv. Wir lassen es mal in Ruhe. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Schlimmer geht immer. Das ist meine Devise. Weißt ja. Ah, sieht das schön aus? Sieht das kacke aus? Eieiei, ne? Eieiei, so. Wir brauchen ein bisschen Gewerbe noch. Machen wir das hier ran? Ne. Wir könnten auch mal unsere erste, ähm, Buslinie könnten wir auch mal machen, ne? Und bevor ich sie da vergesse, machen wir jetzt erstmal hier die Post. Wir brauchen Post. Postamt. Postsortieranlage. So, da sind schon wieder Tote hier überall. Da müssen wir auch hin. Was war das Krematorium kriegen? Hier möchte ich nochmal gerne gucken. Jo, ist weg. Den hatte ich nämlich auch untergeladen. Ne Mod dafür, dass hier dieser lilane irgendwas weggeht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die hinkriegen. Hier zwischen. Geht das? Das geht. So. Kriegt ihr Post hier? Ich hoffe doch. Das wäre sehr gut. Das ist ja ein, äh, ein sehr, sehr wichtiges Gut, ne? So, schauen wir mal, ob es reicht. Wie sie direkt alle Ding, 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 hier aufwärts gehen. Gucken wir mal, wo die Postwagen überall hinfahren. Das ist ja sehr gut. Ja, natürlich, diese Todeswelle, ne? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Krematorium brauchen wir 14.000 für. Das ist natürlich eine Menge. Das ist eine Menge. Ja, ja, jetzt fahren sie da hinten hin. Okay, Post wegbringen. Auch gut. Die haben noch nix. Hat kein Wasser. Warum hat das Ding kein Wasser? So. Sehr schön. Überall nur Tote, ne? Wirklich überall nur Tote. Ist der Hammer. Pfft. Pfft. Hm. Komm, wir machen direkt hier. Du wirst das Radio schön, aber... Ja. Ne? Dingens hier. Das Palabra, was die gerade machen, das gefällt mir nicht so. 180. Lassen wir mal so. Wir müssen das hier noch alles kaufen, ey. Können wir eigentlich mal, ne? Ach, wir dürfen noch nicht. Wir dürfen noch nicht. Ah. Wir müssen ja erst hier weitermachen. Dann kriegen wir wieder eins, oder? Nö, noch nicht. Motorrail kriegen wir dann. Und eine Seilbahn. Okay. Bahnhof. Güterbahnhof. Wäre vielleicht auch ganz gut, dann immer in so einem Industriegebiet hier einen Güterbahnhof zu machen. Wo wir die Sachen exportieren können. Wie sieht es denn hier hinten aus? Ach, guck. Es hat sich beruhigt. Es hat sich beruhigt. So. Lassen wir uns noch ein paar Gewerbe und... Wie heißt das? Häuser bauen. Dafür brauchen wir wieder die Zwoa hier. Ne, die Zwoa ist ja hier. Dann nehmen wir hier wieder die Einser. Aber auch die schönen. Mit Bäumchen an den Seiten. So. Sieht gut aus. Vielleicht können wir das irgendwie doch nochmal so ein bisschen... Hallo. Der will jetzt nicht. Ich kann es nur hier machen. Dann ist es... Dann machen wir es halt mal so. So. Mein Ding jetzt... Der nächste wäre da, ne? So. Und... Warum auch immer er das da so ein bisschen schief macht, ne? Es ist ja genau an dem Punkt dran, oder? Was sagst du? Mein Freund. Das ist ja nicht mehr ganz gerade dann, ne? Verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist zu lange dann, ne? Kann das sein. Dann machen wir es mal so, ja? Dass wir das Ganze ein bisschen aufbrechen. Dass es nicht immer alles quadratisch praktisch gut ist. Das ist ja schon viel zu viel bei mir hier. Das ist ja schon viel zu viel bei mir. Das ist ja schon viel zu viel bei mir. So. Wie sieht es mit Strom aus? Aber auch nur Flaches, ne? Und dann könnten wir das erstmal... Hier hin tun. Und hier alles voll machen. So. Wasser habt ihr jetzt? Hier hinten nicht. Deswegen gehen wir mal durch. So. Wie kriegen wir jetzt alle hier zu Fuß? Ich meine, hier laufen ja viele zu Fuß, ne? Kriegen wir die alle irgendwie hier drüber? Über die Straße? Hier ist ja nicht so viel los, wie man sieht. Das hier waren unsere Dienhöhen. Da ist schon wieder Müll. Da müssen wir auch mal gucken. Müll hatten wir ja so ein Problem. Die brauchen hier noch ein bisschen... Landschaft. Wie wäre es mit so einem Garten hier? Der ist ja auch ziemlich groß und bringt was. Kleiner Park. Und weißt du, der kleine Park. Größer als alles andere hier. Bringt aber gut was. Kann man hier so an die Ecke stellen. Das ist halt so ein Standardpark, ne? Den lasse ich jetzt auch, weil ich nicht wieder 50 Bazillionen Sachen runterladen möchte. So, 8.956, 8.970. Kriegen wir das auf die 9.000? Ja oder nein? Ja oder nein? Und so wächst unser Städtchen halt Stück für Stück hier, ne? Wir könnten hier oben einfach noch eine Reihe dran machen. Sip, bis hierhin. So, Wasser. Und dann können wir hier noch Häuser reinmachen. Das sollte erstmal reichen. Lassen wir hier die Hauptstraße frei. Und schauen mal, was das gibt. So, was haben die hier? Nicht genügend Arbeiter. Die kommen jetzt gleich. Keine Angst. Die 9.000 sollten jetzt voll werden. Genau. Seilbahn, Monorail, Zug, einzigartige Gebäudestufe 6. Hightech-Häuser, Hochhausverbot, Planung für Industrieflächen. Wohltäter für Großunternehmen, Enthusiast für Kleinunternehmen. Das ganze Monorailzeug, Basketballarena, U-Bahn, Überland, Bushub, Wasserkraftwerk. Sehr gut. Das heißt, jetzt haben wir es freigeschaltet. Dementsprechend, da hinten gibt es das, könnten wir uns jetzt hier einfach ganz frech so anschließen. Dass wir den Strom mehr als genug haben, ne? Das sieht übrigens sehr, sehr cool aus hier. Hat jemand mal einen funktionierenden, ähm, einen funktionierenden Damm hingekriegt im Gegensatz zu mir? Bei mir klappt das nie. Kannst du machen, was du willst. Deswegen lasse ich das immer sein. So, wir machen es mal wieder schnell. Als nächstes brauchen wir... Was? 14.000 Einwohner. Erste Wissenschaftenweg mit Dekoration, okay. Schwimmender Müll, sagen wir mal. Da kriegen wir auch das Krematorium. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. Haben wir jetzt eigentlich hier die Parking-Lot-Roads frei? Müssten wir, ne? Bahnhof, alter Markt. Okay. Unteröhrischer kleiner U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Ach, hier sind die ganzen U-Bahnhöfe und so, ne? Die neuen von damals aus dem Mini-DLC. Genau. Sehr gut. Nö. Irgendwo müssen die Parking-Lot-Roads sein. Ich weiß nicht mehr wo. Hier. Das sind alles nur Brücken. Irgendwo hier sind. Ah, guck mal hier. Die können wir auch noch machen. Hier sind sie. Guck, hier sind sie. Da haben wir sie. Können wir dann auch noch hier irgendwo machen. später. Jetzt lassen wir das erst mal so. Das ist rot. Da müssen wir auch gucken. Ist schon gut hier so. Also Hauptschlagadern, unsere fetten Straßen, ne? Zubringer und die kleinen. Da ist was kaputt. Da ist was kaputt. Jetzt können wir mal gucken, ob der das automatisch abreißt oder... Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Passt. Perfekt. Der Müll. Da wollten wir schon die ganze Zeit nachgucken. 96.000 Kapazität. 152.000 Einheiten pro Woche. Ich hätte halt gerne hier unser Müllheizkraftwerk, was 72.000 pro Woche macht. Ich glaube, das ist auch so ein... Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und wo wir das machen. Wir brauchen halt Platz dafür, ne? Können wir wieder einkaufen? Nein. Nein. Das heißt, wir müssten warten bis 14.000. Und wir bräuchten hier irgendwo noch eine Abfahrt. Auf- und Abfahrt. Dazu möchte ich aber... Vernünftige... Vernünftige... Ähm... Auf- und Abfahrten halt... Holen. Voll, voll, voll. Ah, die sind alle halb voll. Die sind voll, die sind voll. Wie sieht's hier hinten aus? Voll, voll, voll. Voll. Also, es könnte reichen. Wir könnten aber durchaus noch mehr produzieren, ne? Dazu müssten wir gucken, ob wir mittlerweile auch die Großen haben, Felder hier. Schlachthaus brauchen wir jetzt nicht. Wegstand brauchen wir auch nicht. Viehstall, Getreidemühle. Nein. Ich will hier die großen Felder haben. Großes Getreidefeld. Dafür brauchen wir die auf Stufe 5. Okay. Und wir sind auf Stufe 2. Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Definitiv. Mehr Arbeiter für Stufe 3. Können wir denen jetzt hier die Arbeiterunterkünfte bauen? Bauernhof Hauptgebäude. Arbeiterunterkünfte. Guck mal, die könnten wir jetzt hier so an den Rand setzen. Da passen sie jetzt natürlich wieder nicht, ne? Weil das nicht gerade ist. Aber man könnte die zum Beispiel, äh... Hier so hinsetzen, ne? So, setzen wir mal eins da hin. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen. Müssen wir mal gucken. Arbeitseffizienz 105%. Okay. Arbeiterunterkünfte erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet? Na, das ist doch super. Das ist doch super. So. Das heißt, wir müssen hier oben noch eine Straße reinmachen. Sip, sip, sip. Wo ist es? Ja. So. Quer. Machen wir das so. Wir haben ja nur die Kleinen, ne? Wir haben ja nur die Kleinen. Kannst du nicht anders machen. Und so. Aha. Jetzt brauchen die noch Wasser. Vielleicht haben wir ja schon die, ähm... Die großen Getreide-Silos. Ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Das sieht wirklich 100% geplant agrar aus hier, ne? Herzlichen Glückwunsch! Merkstand, mittleres Getreidefeld, mittleres Obstfeld. Sehr gut. Limonaden-Fabrik. Mhm. Gebiets-Bohne-Effizienz plus 13%, Verschmutzung minus 20%. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nice. Dann ist die schon auf 3. Donuts für Edithopia. Genau. Die müsste dann halt mal 30 von 45 Arbeiter. Irgendwann wird das hier halt zu, äh... Zu dünn, ne? Und wir müssen halt gucken, dass wir irgendwann hier dann mal, äh... Schön Mautstationen reinpacken. Dass wir da ein bisschen was abgreifen können. Verdienen wir uns bei denen, die sich nicht wehren können, ne? Wir kennen das, ja? Oh, Snacks. Okay. Produktionswert 3840. Das ist super. Das gefällt mir. Was braucht denn die Limonaden-Fabrik und was kann die machen? Das interessiert mich. Viehstall. Merkstand. Die Frage ist, was wollen wir damit? Wir gehen zum Maximilien der Milchproduktion durch Mechanisierung und Rationalisierung des Merkvorgangs. Diese Aufweiterungsanlage erfordert zur Produktion von Speziallandwirtschaftsgütern in Form von Tierprodukten. Nutzpflanzen. Aufweiterungsanlagen müssen innerhalb des Industriegebietes gebaut werden. Okay. Den Kugelbauen viel aufzuziehen. Auch hier wieder Spezialgüter. Da kann man sich dann aussuchen, ne? Was die produzieren hier. Also die produzieren auch... Produktion 3200 pro Woche. Produktion 4000 pro Woche. Also es ist alles dasselbe. Genauso wie die Viehweiden hier. 2000... Ah! Verstehe. Guck mal. 2400 pro Woche. 5 Rachtlaster. 4000 pro Woche. 5 Rachtlaster. Also. 192 pro Woche. 40 pro Woche. Da ist dann die Frage. 4000 bei 192. Das heißt. Wir könnten gute 5 Stück hiervon machen. Dann hätten wir 10. 12.000. Ja. Also. Wir würden. 8. 8 mehr die Woche an Unterhalt bezahlen. Hätten aber. Gut. Das. Vierfache. Drei bis Vierfache. Jo. Guck. 10. 12.000. Geht das? Also das Dreifache. Bei 8 Sim Dollar Unterhalt pro Woche mehr. Würden wir das Dreifache herstellen. Aber wenn wir jetzt mal gucken. Die ist wahrscheinlich kleiner hier. Von der Größe her ungefähr dasselbe. Nö. Dann bleiben wir bei unseren Viehweiden hier. Viel einfacher. Schmeiß da einmal am Tag ein bisschen was zu essen rein. Und fertig. Und dann geht das. Was hier los ist. Ja die sind hier alle am Arbeiten. Schätze ich mal. Ah das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Gefällt mir. Okay. Also. Dann können wir hier schon. Oder sind hier schon am Exportieren. Kontostand. Wo war's? Müssen wir auch irgendwo sehen. Darlehen. Budget. Steuern. Industrie. Passt. Tourismus Einnahmen. Einnahmen Ausgaben im Nahverkehr. Industrie und Fischindustrie. Was haben wir denn hier? Agrareinnahmen 1600. Also die machen plus. Das ist ja schon mal gut. Profit machen sie auf jeden Fall. Das andere hier unten. Die normale Industrie. Lagerhäuser und einzigartige Fabriken. Die machen im Moment 1900 minus. Okay. So jetzt machen sie wieder Ausgaben. 9900. Warum? Wahrscheinlich weil da immer noch irgendwas. Importiert wird. Kann das sein? 400 Tonnen. Da ist kein Mehl drin. Guck. Wir müssen das auf jeden Fall noch. Produkte aus einzigerartiger Fabrik. Wir müssen das auf jeden Fall noch. Erweitern. Sodass die immer voll sind. Und das Zeug dann alles exportiert wird. Was überschüssig ist. Sodass man Reibach macht. Ich denke. Das ist ganz wichtig. Und. Haben wir auf jeden Fall immer gebrochen. Ach du liebe Güte. Hier guck dir das an. Wie gesagt. Todeswelle. Er ist voll. Kein Platz mehr. Und genau deswegen mag ich keine Friedhöfe. Das heißt. Wir müssen einen zweiten bauen irgendwo. Sonst werden die Toten nicht mehr abgeholt. Ach. Alles für ein Bobbes. Setz mal hier hin. So. Dann kann er die Toten abholen. Und wir ersetzen das dann demnächst durch Krematorien. Ja. Da können wir dann auch mal gucken. Sobald wir die haben. Suchen wir uns auch ein schönes gemodetes wieder. Was vielleicht ein paar. Fahrzeuge mehr hat. Kann auch ruhig ein bisschen mehr kosten. Dann ist ja in Ordnung. Guck mal jetzt hier. Siehste. 18.000 plus. Wahrscheinlich tut er jetzt nichts mehr exportieren. Oder importieren. Sondern exportiert. Zoom. Hui. Sehr gut. Passt. Jo. Bisschen Gewerbe gebaut. Noch ein paar Häuser angebaut. Was ist das hier? Sieht man direkt den Unterschied. Sieht viel bunter aus. Hier auch. Aber. Gefällt mir. Wenn es dir auch gefällt. Lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer. Ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.